Seit fast 100 Jahren wird in Hollywood der Oscar für den Best Original Song vergeben. Hier bekommt er seinen eigenen Podcast. In diesem Podcast geht es um die Gewinner, aber auch um die nominierten Songs seit 1935. Wir spielen sie alle. Wir bringen die Fakten und die Stories zu den Filmen und den Songwritern. Und wir diskutieren. Hat der oder die Beste gewonnen? Ich diskutiere ihn nicht. Ich weiß es doch eh besser. Jede Woche also eine neue Episode zu jeweils einem Oscar-Jahr. Nicht chronologisch, aber hey, wir sind ja auch keine Buchhalter. Für alle, die Spaß an tollen Songs und an Filmen haben, mehr über die Geschichte der Entertainment-Branche erfahren möchten und sich schon immer einmal gefragt haben, Oscar, can you hear me? Die erste Staffel mit zwölf Episoden. Ab sofort immer donnerstags. Genau hier.